So, willkommen bei The Vagrant. In der letzten Folge hatten wir den Immortal King besiegt, die Krone geholt. Und jetzt bin ich wieder aus dem Schloss raus und hab noch ein paar Händler getroffen. Ich kauf mal hier noch ein paar kleine Potions. Und noch ein paar Eier. Wir haben immer noch 10.000 Gold. 10 Eier. Ich hab recht spät gemerkt, dass ich während des Kampfes auch hier im Pausemenü einfach Sachen essen kann, um meine Hitpoints zu regenerieren. Hätte ich das eher gemerkt, hätte ich wohl nicht ganz so lange für den Boss gebraucht. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich an dem dran hing. Oh, das sah doch nach irgendwas zu essen aus. Moment, Moment, hier war was. So, nur Geld. Gut. So. Ohne Vergiftung das erste Fass zerstört. Sehr gut. Ich bin schon ein bisschen stolz. Oh. Hier gibt's auch noch reichlich zu essen. Hallo. Angry Man. Roman. Sind die da drin? Give that to me. Tolltree Witch. Angry Man. The Hexer's Flake is for you. If you drink it, the evil spirit inside of you will transform into a deadly beast. Ach komm, das wollen wir uns ja gar nicht alles durchlesen hier. Oh, ist das Alex? Lebt der wieder? Oh, Wanderer. Do you mean to treat it to me? Oh, is this Mark? Ich dachte, so blutig wie der aussieht, muss der irgendwie wie der Tod Alex sein. Darling, oh. Mark M. Stead. Don't fear the powers. Äh. Kampf sounds. Tausend. Was ist da los? Maskierte Männer nehmen diesen Mark mit? Oder wollen ihn mitnehmen? Er hat aber ein großes Schwert. Anne-Marie. Anne-Marie, Anne-Marie. Mark. No, Mark, no. Oh, was ist der nicht Alex? Ich hab alles vergessen. Ich hab alles vergessen. meine marie no mark no die boys hola wandel zu sich ein monster war kein guter flask oder eine marie lebe für mich naja egal so schwere fußstapfen haben sie die wehgetan wieso mark ich war mir sicher der hieß alex ein ring vielleicht die quest hier 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 so auch besiegt please help us so jetzt muss ich jetzt mal schauen da hoch dann müsste ich eventuell hier lang gehen ja sind wir oben und hoffen dass ich nicht irgendwo hätte speichern müssen vielleicht gehen wir doch nochmal zurück vielleicht kommt da auch noch ein speicherpunkt sieht hier jetzt gut aus hier war ein opossums wauwauwauwau...... ok du Du Foltermeister, du! Schön alles mitnehmen. Lagerfeuer ist ein Safepoint. So, dann geht es weiter. Wen treffen wir jetzt? Das Monster, den Markham? Markham? Stärke Potion? Okay, das passiert nichts. Hier ist nichts. Jetzt wird es dunkel. Wir sind... Wow, 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 hallo? Hallo, siehst du... Wow, ich bin im Grizzly Monster. Okay, verwandelt er sich nochmal? Wow, wow, wow. Komm, der kann sich echt schnell rumdrehen. Der macht aber... ...jetzt nicht so den riesen Schaden... ...und dann... ...und dann... ...werden wir mal... ...hatte ich nicht Eier gekauft? Hier unten. Ein Ei... ...zwei Eier... ...drei Eier. Jetzt sind wir auf 93 von 102... ...zehn... ...zehn... ...ich... ...binat... ...ah, komm. ...nei... ...eins überm Limit... ...und... 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 Ah, er hat sich einfach auf mich drauf gesetzt hier, die Sau. Dann essen wir mal noch ein paar Eier. Komm. Also, so stark ist er ja nicht, er macht nicht viel. Wenn er aufsteht, kann ich meinen Special raushauen. Oder auch nicht doch. So. So, 57, 77, 97. So, der ist in der letzten Leiste. So viel Energie hat er nicht mehr. Noch nicht mehr irgendwie ein Stärke Potion genommen oder sowas. Wow. Okay. Komaischi nach oben schafft. Freigeschaltet. So. So. Dann haben wir das Monster erledigt. Boing. Und er hat sich zurückverwandelt. Andererga war gut. Thank you. Thank you for your kind mercy. Ah. Wieso sagst du sowas? komm jetzt weiter 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 so dann schauen wir mal bis jetzt nicht die karte wo es weiter geht wahrscheinlich kommt die kleine assistenten bald vorbei geht es nicht weiter wohl beim nächsten lagerfeuer wieder und zum baumhaus lagerfeuer blablabla der ring leuchtet pokus pokus der bandkreis wurde aufgehoben wretched of soy in the book my father left me have my revenge helper and i will watch the live train for your eyes so speichern und weiter geht's ah schon wieder an also wenn keine gegner da sind funktioniert das ja noch recht gut mit dem rennen hopp 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 na hallo baumhexe wir lesen eh nicht den quatsch durch hier immer weiter klicken farewell goodbye an wen erinnert mich diese kleine hexe an den hulk wegen der grünen farbe the rhythm has been unlocked ok ähm western kingdom gut also rechts rechts im dritten dritten rechten raum müssen wir dann nach oben erster rechte raum auch nicht aufgepasst ich werde es jeder bekommen spider rechte raum dritten rechte raum dritten rechte raum achso und das ist auch noch hier da war hier noch ein save point da speichern wir und wir enden auch gleich mal die folge tschüss und tschau bis zum nächsten mal bei selva krant tschüss